Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Das ist der fünfte Teil Richtung Rudo, World of Subways, Vol. 2, U7. Und dann legen wir gleich einmal los. Jawohl, ja. Zeitschriften, Tabakwaren, Süßwaren, na, da ist man rundum versorgt. So muss das sein. Einen Flug Kaffee, das soll man nicht vergessen. Ich hoffe, man hört mich gut. Na. Ja, Dankeschön für 137 Abonnenten, das wollte ich nochmal sagen, das ist mir ein Anliegen nämlich. Dankeschön, dass kommentiert worden ist. Wie gesagt, es kommen noch ein paar Videos, die schon aufgezeichnet sind. Ich schaue mir jetzt die nächsten Wochen an, wie sich das entwickelt und je nachdem entscheide ich das dann. Schreibt gerne in die Kommentare mal, ob ihr Planet Zoo, oder was euch an Planet Zoo vielleicht stört an den ersten Teil. Ne, einfach Feedback bitte geben, damit ich weiß, okay, was kann ich besser machen und so weiter und so fort. Ich werde auch den nächsten Teil von Planet Zoo Tageslicht aufnehmen. Das ist halt schwierig, aber dann werde ich das halt machen und im Video nur ganz kurz mal die Nacht vielleicht zeigen oder so. Oder ihr könnt auch schreiben, ob ihr Bus Simulator 2018 allerdings, den hätte ich in Angebot oder Euro Truck 2, ob ihr da was sehen wollt. Einfach in die Kommentare mal schreiben, genau da hilft ihr mir und ein Abo und ein Daumen hoch, hilft ihr mir selbstverständlich auch. Ihr wisst selber, je mehr Abonnenten und so weiter man hat, desto mehr Sichtbarkeit erlangt man einfach. Und je mehr Feedback ihr mir gebt, desto besser kann ich die Videos so produzieren, dass es euch Spaß macht und dass uns allen das Spaß macht. Euch beim Gucken und mir beim Produzieren. Na, genau. Eisenacher Straße. Ausstieg links. So. Sorry, wenn ich manchmal einfach nichts sage, aber manchmal weiß ich auch nicht so recht, was ich sagen soll. Deswegen bin ich dann halt auch mal ruhig, weil ich auch nicht immer das gleiche sagen möchte. Deswegen würde ich sagen, ich bin jetzt ruhig und melde mich dann am Schluss des Videos nochmal. Bye. Kleistpark, Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. Meldet keine besonderen Vorkommnisse an. Abend verstanden. Einführung im Fahrplan ein. Dort lag er hinter. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Übergang zur S-Bahn. Ausstieg links. Zug nach Rudow. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.